Hermann Ebbinghaus war ein deutscher Psychologe. Er gilt als Pionier der kognitiv-psychologischen Forschung. Ebbinghaus begründete die experimentelle Gedächtnisforschung mit seinen Arbeiten zur Lern- und Vergessenskurve und bereitete den Weg für die empirische Lehr-, Lern- und Bildungsforschung. Sein Sohn war der Philosoph Julius Ebbinghaus, sein Enkel der Philologe Ernst Albrecht Ebbinghaus. Leben und Werk. Ebbinghaus wurde 1850 in Barmen als Sohn einer Unternehmerfamilie geboren. Bereits im Alter von 17 Jahren begann er das Studium der Geschichte an der rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. 1868 wurde er Mitglied des Korps Gästfalia Bonn. Er wandte sich der Philosophie zu. Im Jahr 1870 wurde sein Studium unterbrochen, als er mit der Preußischen Armee in den Deutsch-Französischen Krieg zog. Nach diesem kurzen Ausflug zum Militär beendete Ebbinghaus seine Dissertation über Eduard von Hartmanns Philosophie des Unbewussten und promovierte. Am 16. August 1873 mit 23 Jahren in London in einem Antiquariat stieß er auf Gustav Fechners Buch Elemente der Psychophysik, was ihn dazu bewog, seine berühmt Gedächtnis-Experimente durchzuführen. Nach seiner Promotion besuchte er Ebbinghaus England und Frankreich und gab Nachhilfe für Studenten, um so für seinen Lebensunterhalt aufzukommen. Punkt. Er habilitierte sich an der Friedrich-Wilhelms-Universität und wurde dort 1886 Professor. An der Universität Berlin gründete er das dritte psychologische Testlabor in Deutschland. Er begann seine Gedächtnisstudien hier 1879. Im Jahr 1885 veröffentlichte sein monumentales Werk Memory, ein Beitrag zur Psychologie, wobei er als Professor an der Universität von Berlin am ersten die Anerkennung dieser Veröffentlichung erhielt. Im Jahre 1890 gründete er zusammen mit Arthur König die Psychologische Zeitschrift für Physiologie und Psychologie der Sinnesorgane. In seinem berühmten Disput mit Wilhelm Dilltey verteidigte er die experimentelle Psychologie gegenüber der verstehenden Psychologie. 1894 wurde er bei der Beförderung zum Leiter der philosophischen Abteilung übergangen, vermutlich aufgrund fehlender Veröffentlichungen. An seiner Stelle wurde Karl Stumpf berufen. Als Resultat verließ er Binghaus Berlin und ging an die Universität Breslau, wo Theodor Lipps Lehrstuhl frei geworden war. Während seiner Zeit in Breslau arbeitete er in einer Kommission, welche die abnehmende Aufmerksamkeit während eines Schultages beobachtete. Die Einzelheiten, wie diese mentalen Fähigkeiten gemessen wurden, sind leider verloren gegangen. Jedoch dienten die erzielten Ergebnisse der Kommission als Grundlage für zukünftige Intelligenztests. In Breslau gründete er Binghaus ein weiteres psychologische Testlabor. 1896 führte er eine Art Satzergänzungstest mit Schulkindern durch, um die Wirkung von Ermüdung auf die Leistungsfähigkeit zu untersuchen. Er ließ die Lehrer die Begabung der Kinder einschätzen, um danach die Ergebnisse einem unteren, mittleren und oberen Drittel zuzuordnen. Dabei stellte er eine bedeutende Beziehung zwischen den Testergebnissen und dem Lehrerurteil fest. Ohne mit den damaligen Mitteln eine Korrelation ermitteln zu können, dies dürfte der erste Test verbaler Intelligenz in einer Gruppe gewesen sein. 1902 publizierte er Binghaus sein Werk »Die Grundzuge der Psychologie«, das ein sofortiger Erfolg war und auch lange nach seinem Tod so blieb. Seine letzte Veröffentlichung »Abriss der Psychologie« wurde 1908 gedruckt. Auch dieses Buch war ein Bestseller, der in acht unterschiedlichen Editionen erschien. 1905 zog er nach Halle, wo er am 26. Februar 1909 im Alter von 59 Jahren an Lungenentzündung verstarb. Sein Grab befindet sich dort auf dem Sankt Laurentius Friedhof. Binghaus war Begründer der experimentellen Erforschung des Gedächtnisses und Entdecker der Lernkurve und der Vergessenskurve. Binghaus war auch der Erfinder der drei heute noch gültigen psychologischen Messmethoden der Gedächtnisleistung. Wiedererkennungsmethode, Reproduktionsmethode und Ersparnismethode. Neu war sein experimenteller Ansatz, mit dem Lernen von sinnfreien Silben zu operieren, um die Fehler, die sich aus Erfahrungen und Inhalten ergeben, zu minimieren. Ebbinghaus war der erste der KV-Katrigramme benutzte, um Gedächtnisexperimente unabhängig vom Wortschatz der Versuchsperson durchzuführen. Die Ebbinghaus-Illusion in der bekanntesten Version dieser Illusion werden zwei Kreise von identischer Größe in der Nähe zueinander angeordnet und Einer ist von großen Kreisen umgeben, während der andere von kleineren Kreisen umgeben ist, der erste Zentralkreis erscheint kleiner als der zweite Mittelkreis. Diese Illusion wurde ausführlich in der Forschung in der kognitiven Psychologie verwendet, um mehr über die verschiedenen Wahrnehmungswege in unserem Gehirn zu erfahren. In der englischsprachigen Welt wurden die Kreise von Edward Bradford Tietjenner 1901 in einem Buch über experimentelle Psychologie veröffentlicht. Daher ihr Alternativname, Tietjenner Circles, Ebbinghaus und die Geschichte der Psychologie. Die Psychologie hat eine lange Vergangenheit, doch nur eine kurze Geschichte, schrieb 1907 der Pionier der Gedächtnisforschung. Dieser Satz mag erstaunen, hat sich doch die Menschheit bereits seit hoher Zeiten mit psychologischen Fragen befasst. Ebbinghaus spielt jedoch mit seiner Formulierung auf die kurze Zeit an, seit der Psychologie mit naturwissenschaftlichen Methoden betrieben wird. Trivia Hans-Jürgen Eisenck zitiert in seinem Buch Sigmund Freud Niedergang und Ende der Psychoanalyse auf Seite 36 aber ohne Quellenangabe. Einen Ausspruch, den Ebbinghaus in Zusammenhang mit Sigmund Freuds Vorstellungen vom Unbewussten gemacht haben soll. Allerdings irrte sich Eisenck in seiner Polemik. Der Satz stammt zum einen aus der Dissertation von Hermann Ebbinghaus über die Hartmannsche Philosophie des Unbewussten. Zum anderen ist der Philosoph Eduard von Hartmann gemeint Schriften über das Gedächtnis Untersuchungen zur experimentellen Psychologie. Dunker und M. Humblott, Leipzig 1885 Erstauflage als Unveränderte Neuauflage des Textes von 1885 Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1992 ISBN 3-534-052552 Urmanuskript über das Gedächtnis 1880 Mit einer Einleitung von W. Traxel Passavia Universitätsverlag Passau 1983 ISBN 3-922016359 Punkt Über das Gedächtnis Untersuchungen zur experimentellen Psychologie Dunker und M. Humblott, Leipzig 1885 Über eine neue Methode zur Prüfung geistiger Fähigkeiten und ihrer Anwendung bei Schulkindern Sonderabdruck aus Zeitschrift für Psychologie und Physiologie der Sinnesorgane Leopold Fons, Leipzig 1897 Grundzüge der Psychologie Zweite Auflage Veit und M. Komp, Leipzig 1905 Abriss der Psychologie Veit und M. Komp, Leipzig 1908